Das ist Claudio. Haha, moin. Meine Fresse. Es macht erst mal ein Screenshot. Herzlich willkommen zur nächsten Folge The Forest. Eigentlich sollte Herr Fleisch-App hier ja jetzt die Anmoderation machen, aber hat er wohl verkackt. Moin. Tut mich nicht. Ähm, ich mach jetzt, oder ich muss jetzt hier noch eben einen Baum abhautzen, damit wir noch eben schnell zwei Baumstämme haben. Ach und hier was gut wäre, wenn wir dann diese Nacht vielleicht mal pennen gehen, damit auch mal wieder vorne ein paar Bäume nachwachsen. Ja. Auf jeden Fall. Nein, ich will keinen Ausdauer mehr. Ich auch nicht. Ach, Digga. Bist du Leben? Zeit und packen. Packen. Pum. Ja. Baum füllt. Ah, ich muss auch Schleiß aufhängen. Okay, jetzt fehlen uns nur noch zwei Seile. Dann geh ich hier schnell ins Kannibalen, du auch da unten. Ja. Und gucke, ob da noch Seile sind. Ah, warte, ich lauf lieber hier lang. Dann kann ich nämlich direkt über die Plattform laufen. Ey, jetzt spring doch da hoch, Digga. Bist du inkompetent oder so? Boah, wir haben drei Sticks im Sticklager und keine Steine mehr. Wir haben ein Steinlager. Ja, moll. Bei uns läuft. Absolut, Digga. Sorry, ich bin zum Backup, aber läuft. Ja, warte, bevor ich ins Kannibalen-Dorf laufe, bringe ich, äh, hole ich mir kurz ein bisschen Fleisch. Äh, von wo ist das Fleisch noch fröh, äh, also von wo ist das Fleisch essbar? Wir haben noch nirgends vor, hab ich gerade nicht aufgehangen. Ah. Moin, Digga. Ich fresse aber das Bein hier, scheiß drauf. Hey, das ist Deko! Zu spät. Dann bring ich mir gleich ein neues Fein mit. Gucken. Frisch vom Metzger, bitte. Und Bio, bitte. Ja, ich denke mal, die Kannibalen haben wir doch Bio. Digga, die Hafenfalle hier hinten, die ich hier hab, die ich hier aufgebaut hab, ist immer immer noch nicht losgegangen, Alter. Okay, bin schon wieder voll mit Stein. Hasen. Komm her, Hase, ich ficke dich. Oh ja, bitte. Nein, ich hab dich getroffen. Was auch so ein Minuspunkt ist, dass man nur in eine Richtung rotieren kann. Ja, ist so. Naja, beim Kannibalendorf sind wieder Seile. Cool. Digga, du sollst die Fäden aufheben, nicht die scheiß Stöcker. Liegt doch bestimmt hier vorne auch noch eine Soda. Hier irgendwo. Ach, Digga. Hä? Hier lag vorhin eine Soda, wo wir hier gelootet haben. Ja, ja. Dann müsste der Dach jetzt auch eigentlich wieder liegen. Theoretisch schon, ja. Na, tut's ja aber nicht, Moin. Ja, Moin. Egal, ich hab mal die zwei Seile überwollt, ich gar nicht. Oh, Lull, habt ihr den da grad gesehen? Den Kannibale? Der beschwert sich bestimmt gleich, weil ich ihm seine Seile geklaut hab. Oh ja, das ist ein Albino, Digga. Moin, da greif mich an. Geh weg. Ja, weil er will seine Seile wieder haben. Der kann mich mal, Mann. Komm her. Komm, greif an. Missgeburt, Alter. Missgeburt. So werd ich dich abstischen, aber na, komm. Zwei Stück. Ja, schlag sie selber. Ja, ich weiß, das machen die immer. Die sind voll dumm. Ja, komm. Zack. 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 Oh, komm. Zack. Oh, komm. Bam. Bam. Stirb. 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 Ich hab'n Kommentar. Ja, endlich. Fertig. Da ist wohl jemand müde. Ja, bisschen, ne? Aber so ein bisschen. Digga, was greifst du mir? Bist du behindert, Alter? Wirst du sterben? Ja, hier. Jetzt stirbst du. Ich bin selber schuld, Alter. Ja, selber schuld, sag ich doch. Erstmal ab aus Feuer mit den Leichen. Ah, hier ist noch ein Albino, komm her. Tigger beschwert sich gleich bestimmt wieder, weil ich ihn, weil ich's denn den Wald abholze, Alter. 100 Bruder, ja. So. Äh, nur ein bisschen. Ja, ja. Nur ein bisschen. Ja, ja. Daran liegt ich. Am Alkohol. Mh. Bist du wieder zurück, dann würde ich vielleicht sagen, dass man Päng gehen, wenn er durchgebraten ist. Wir sind zwei, aber egal. Oder zwei, ja. Ist mir mal wurscht. Ja, ich bräuchte vielleicht mal ein paar Knochen wieder. Ach so, ja. Das mag ich ja, ich packe ich ja rein. Ich brauche gerade keiner. Weil es würde gerade wieder kalt. Das ist ganz praktisch. Ein bisschen fliegen. Fliegen. Ja, ich baue mir jetzt hier erstmal. Boah, ich bin schon am Zittern. Ich mach mal hier. Ein bisschen fliegen. Ist das für Feuer, Alter. Geil, stein. Steine. Die restlichen Knochen können wir gerne herpulver an. Ja, erstmal lagern, ne. Brauchen wir gerade neulisch. Ja, mein nicht lagern, weil ich hab hier keine Fäden mehr. Lul. Ja, pennen. Ja, geht nicht. Warte, bis wir pennen können, laufe ich schneller hoch und probier die Seilrutsche aus. Kommst du mit? Oh, ist schon fertig? Ja, ich muss nur noch die zwei Seile anbringen. Achso, ja, warte, ich komme jetzt. Ich habe kleine noch gefahren, ne, ich steine direkt verbauen. Nice. Warte, wir müssen hier lang. Irgendwie den Weg hier suchen. Ah, hier können wir uns irgendwie hochklettern. Warte, hier. Genau hier, zack, 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 zack. Noch nicht hier einmal rum. Papp, papp, papp. Ja, kann auch noch. Okay. Moin, okay, ich warte kurz auf dich. Oh. Oh. Mir wird kalt. Ja, nicht nur die. Oh. 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 Ich lasse dir die Ehre. Vorsicht. Oh, Mutant, ja, dann komm, lass die Seilrutsche runternehmen. Wie geht das? Oh, kein Verreiß. Wuhu. Boah, Digga, voll geil. Wuhu. Oh. Oh. Wuhu. 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 Oh, leck. Wuhu. Tag nicht, sind wir auch fertig. Jetzt läuft Boah. Ja. Ja, jetzt können wir aber schlafen gehen, glaube ich. Ja. Ach, er hat schon meine Küche gesehen. Küche ist auch soweit. Taxi eingerichtet. Mit Vorräten für alles, auch für Sprengstoff. Aufheben. Mit guten Esstisch, der Schiele top. So. Gut, ne Schiele. Aber immer noch nicht, Bri. Wir können immer noch nicht schlafen. Dann trinke ich hier noch kurz was. Dann sammeln. Oh. Wir sollten vielleicht gleich mal ein bisschen was an Essen suchen. Jep. Moin, Digga. Ich krieg Schaden, weil mir so kalt ist. Ja, moin. Die Seilerutsche ist geil auf jeden. Ja, moin. Können wir noch nicht schlafen. Jo, ich speichere ich mal. Ja, ich speichere ich mal. Ja, ich speichere ich mal. Ja, ich mach da einfach produktiv. Oh, die liegen ja noch Baumstörme hier hinten. Sehr schön. Da immer mitnehmen. Okay. Guck mal auf dem Feuer laufen, muss ich gut aufhören. Host antwortet nicht. Okay. Hier wähm. Wähm dich auf. Und ab. Geht an Lachs. Lachs, nein. Ich bin immer noch nicht schlafen. Boah. Jetzt kann ich schlafen. Ja, ich komme. Auf jeden. Ja, aber es wird doch schon. Voll gut. Ja, Mann. Oh, Hase. Oh, Digga. Du scheust die Hasen auf. Fick dich doch. Fick dich doch. Ja, ich bin halt. Oh, Digga. Oh, Digga. Schon wieder die beiden Bäume, ne? Ja. Warte mal, ich geh mal ganz kurz gucken, ob ich den Timer überhaupt gestartet habe. Oh, Mann. Ich glaub schon. Ja, doch, hab ich. 16 Minuten noch. Oh, natürlich. Also, Eskimo und ich werden uns wahrscheinlich dann Wochenende immer einbauen können, weil wir müssten, weil wir dann vorabend Vorrost und Vorort hochzuladen. Momentan kommt eher ein bisschen mehr Vorrost, weil ich einfach auch irgendwie da auch Bock habe. Ja, Mann. Ihr heißt hier schon kommen, Alter. Donnerstag schreibt und schreibt Alex mir so. Hey, Diggi. Du musst hier morgen ganz viel Energy und ganz viel Schutz holen. Ja, musst du auch, Digga, musst du auch. Ja, Mann. Wir müssen halt für mindestens immer für eine Woche fortproduzieren. Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall für mindestens zwei Wochen fortproduziert, ne? Ja, weil das Ding ist halt auch, äh, so gehen wir haben ja nur am Wochenende Zeit. Für. Ich glaub, ich glaub ich lad jetzt, ich glaub ich lad jetzt jeden Tag zwei Videos hoch. Also, ein Forest-Video und ein Fallout-Video. Ja, ich muss erst morgen wieder, kann ich das hier aufnehmen. Ja. Das, glaub ich, ist gut. Dann können wir erst morgen zusammen aufnehmen, also wenn du WP2 aufnehmen willst. Ja, klar. Ja, dann können wir, äh, hier, Zombie-Mapper spielen, die neue. Äh, was heißt die neue, die große. Ja, lass mal morgen erst mal ein bisschen online, weil ich muss noch Multiplayer, wollte ich nämlich wieder aufnehmen. Und dann können wir doch eine extra Folge quasi hochladen. So dachte ich mir das, weil wegen Wochen, weil wegen Sonntag und so. Weil ich versuche in der Regel, äh, in der Woche drei Folgen hochzuladen. Also einmal, äh, Multiplayer von Comic-Duty, The Forest und einmal Fallout. Und am Wochenende vielleicht noch ein viertes oder vielleicht sogar ein fünftes Video. Einfach nur weil, wegen Zombie und gucken, ob man noch zocken kann. Ja, ja. Diggi, fahr doch weiter da, oder was ist dein Weg, Mann? Dein scheiß Baumstamm, oder was? Nein, ein Baumstumpf. Ein paar Baumstumpf habe ich jetzt schon mit genug, Digga. Ja, jetzt ist da hin, aber jetzt ist aber so nicht fest. Nee, Digga. Mach mal dein Baumstumpf da weg, Alter. Ach, Junge, mach mal den da weg. Ja, mach doch selber, Digga, ich bin doch am Schleppen, Junge. Meine Fresse, Alter. Ja, wenn die... Das ist das Maul. Ja, aber ist das so, wenn die da hinfallfallen, dann kann ich auch nichts für, Digga. Ich hab nur zwei... Ja, ja. Ich hab nur zwei Arme, wo man die zwei Baumstumpfe tragen kann, ja? Ich bin kein Hype. Obwohl theoretisch ist er ein Hype. Genau. Haben wir? Nicht? Doch. Ja, ja, doch. Ach, Digga, mach den mal weg, bitte. Ja, die Nachbarn besuchen uns wieder, die haben Bock auf Grillparty und so, ne? Ach, oh. Geh dir deinen eigenen suchen. Ah, okay, gut, hier können wir Medikamente und so ein Scheiß reinlagern, so das Schokoriegel und... Ja, ich mach das an die Treppe hier fertig. Dann mach ich's gut. Das ist angenehm. Dann mach ich jeweils immer eine Reihe für Schokoriegel, für Solas und für Medikamente taub. Easy. Nice. Ich mach in. Hey, wo kann ich jetzt was lagern? Außer medikamente, das ist schon feuer und schokoriegel. Aber so, aber so, das ist noch die Reihe frei. ich mache noch ein zweites regal du willst also du willst ein regal dann für soda und ein regal dann für genau genau dann macht das guck guck mal dann macht auch hier so wir so drei regale ein regal für soda ein regal für medis ein regal für snacks macht das ich mache weiter hier die baumstimme ein baum stamm ich weiß ich hab die falschen gebraucht vorröst ich fand ich die du wie die richtig rum sind super letztendlich haben wir wieder besucht Treppe ist fertig. Nice. Mach ich weiter mit dem Zaun hier hinten, ne? Ja, ja, ja. Schade, dass man mit der Seilrutsche nicht hochrutschen kann, ne? Ja. Hey, wer randelt hier? Wo sind die? Mist geworden. Sag mal, hakt's bei dir! Wenn du schon anzogst, dann bitte an der Haustür. Und davon ein Grundstück und die Korps. Äh, ist abgesucht. Ne, noch nicht. Aber seufliger. Guck, guck, tot. Hahaha. Selber schleudelt. Ah, schade, ich kann so eine Leiche da nicht rausholen. Das war... Teilweise gab's früher am Back, haben die sich angesammelt. Hat's so üblich das Leichensee. Dann hast du nie wieder spielen, den Kader. Oh, seine Ausdauer ist wieder on point heute. Ja, ich muss mal einen kurz was trinken. Ja. 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 Ähm, ich hab zwei Mutanten bei mir. Oh. Ne, boah. Toll feste Partie. Oh. Ja, egal. Schalt auf die. 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 Ich will bauen. Ja, ich auch. Aber wenn ihr mich jetzt gleich angreifen. In den Leuchten weg. Ja, ist dann doch nicht fixiert. Digga. Oh, meine Fresse. Immer diese Nachbar. Bogen, hallo? Treffer. Treffer. Oh. Kein Treffer. Das ist kacke zu teilweise. Dann fixiert er sich auf dich und dann macht er einen Schritt nach rechts. Oh nein. Ja, ich glaub auf das ganze Um ihn herum und stechen das. Ja, ich glaub auf das ganze Um ihn herum und stechen das. Ja, ich glaub auf das ganze Um ihn herum und stechen das. Ja, ich glaub auf das ganze Um ihn herum, dann kann ich mich schon... Moin, haust eure beide auf mich fixieren. Ja, egal. Ich würde mich da schon am Schieten. So ist es nicht. ja das war das auch da würden wir fehl ist egal ich habe 30 stück ich habe mich an 50 tragen ein arschloch ich bin nicht so viel mitbogen jetzt müsste man diese melodie einspielen von akte x oder so okay ihr scheiß drecks mutanten darf ich jetzt meine bäume abfällen und ich komme doch nur so drei stück alter und ich brauche stück klanzen naja zu sagen oder zwei jahre wir haben auch in der weine gewachsen und sollte helfen drei damit noch kaum ausdauer hier muss ich das traut euch nicht mehr im außen bisschen springen ja das ist darum jetzt wissen ich war ja klar okay dann bringe ich den hier schon zum feuer waschen hilft doch hier ist noch ein mutante verpackt oder fest kommentare lena warum machst du nicht mehr den weg mit den den back mit den baum stemmen weil wir auf der map hier keine bugs ausprobieren also wir anders schon ausprobiert es funktioniert noch mit dem back aber wir wollen das auf der map hier zu machen warum eigentlich nicht ja nee weil bug-using einfach scheiße ist man hat man ja keine herausforderung mehr beziehungsweise kein ziel worauf man hinarbeiten kann will ja ich moin als mutant ja brauchst du hilfe ja okay oh headshot ich bin voll im pfeil gelaufen hier bei mir liegt noch ein albino toter ja soll ich den abholen ja ich bin gerade mit dem karl heinz weber mit dem dicken hier beschäftigt das war schon tot easy easy game easy game das war ein alzi 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 wo liegt der da mhm k 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 Fehlern, 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 Fehlern. Ah, jetzt fehlen mir noch. Oh, Gott. Ach, Digga, wir brauchen mehr Fehlern. Mhm. Ich glaube, ich sollte mich mal hinsetzen, bzw. auch was essen. Wäre ein dezentes Vorteil, denke ich. Ja, wir wollen. Schade, dass es keinen Schädelhalter oder so gibt. Äh, ich sollte auch mal was essen. Heidel... Heidelbeeren... Äh, was, Junge? Heidelbeeren... 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 Ne, das nen Samen. Ja, kannst du später anpflanzen. Benutze sie die Samen in einem Garten. Heidelbeeren... 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 Auf jeden Fall sind wir schon ziemlich weit gekommen. Wir sind sehr weit gekommen. Sehr, sehr weit. Ja, ja, ja. Haut rein, tschau, tschau. Ja, ich würde... Weitere...